Schiedsrichter des heutigen Spiels ist Njal Flaten. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Kurze Einschätzung zu ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Und hier sehen wir die Startaufstellung von Juventus Turin für heute. Und er schießt. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Ganze vier Minuten sind vorbei. Da ist hier das 1-0 gefallen. Modric. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Es gibt Strafstoß. Gute Chance jetzt für Juve. Er nimmt ihnen die klare Torchance und dafür muss er runter. Das ist relativ einfach. Der Platzverweis, wie ich finde, Wolf absolut vertretbar. Und er macht den Elber. Super gemacht. Kein Anzeichen von Nervosität. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.